Dies ist die abenteuerliche Geschichte einer Zeitreise. Ein altes Haus. Ich schau mich mal um. Stella, nicht auf dem Dachboden, bitte. Ein magischer Stern. Und das Abenteuer beginnt. Hi, ich bin Stella. Ich glaube, ich komme aus der Zukunft. Ein geheimnisvoller Schatz. Onkel Anton hat sogar mal einen Schatz gefunden. Im Turnier irgendwo versteckt. Maman, was ist passiert? Wir müssen das Haus verkaufen, um die Schulden zu bezahlen. Aber das ist unser Zuhause. Das ist es. Wir gehen los und suchen den Schatz. Was ist denn, Gustav? Ich habe Höhenangst. Jungs. Eine abenteuerliche Suche. Ganz schön unheimlich hier. Los. Dann fallen die manchen Mädchen in die Befehle. Und sie sind nicht allein. Der Schatz gehört uns. Wir müssen nur das Amulett abjagen. Das Amulett! Hier! Meinst du die Held? Kannst du das denn fliegen? Ich denke schon. Ein magisches Abenteuer. Stella und der Stern des Orients. Demnächst im Kino. Demnächst im Kino. Der Schrittjahr in die Held.